Wir schauen mal, was da los ist im Segment der Nachrichten. Carsten Linnemann will Arbeitsunwilligen das Bürgergeld komplett streichen. CDU, das C in CDU steht für streichen. Der CDU-Generalsekretär schätzt, dass eine sechsstellige Zahl von Menschen grundsätzlich arbeitsunwillig sei. Woher diese Zahl kommt, hat er nicht gesagt. Ihnen soll die Grundsicherung komplett gestrichen werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann spricht sich dafür aus, Empfängerinnen und Empfängern bei Arbeitsunwilligkeit das Bürgergeld komplett zu streichen. Zitat, die Statistik liegt nahe, dass eine sechsstellige Zahl von Personen grundsätzlich nicht bereit ist, eine Arbeit anzunehmen. Diese Statistik gibt es nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine unverholene Lüge. Die Statistik sagt, dass 0,01 oder 0,03 Prozent der Bürgergeldempfänger die sogenannte Totalverweigerung beziehen. Das heißt, ungefähr zwischen 13.000 und 15.000 Menschen betrifft das. Wichtig zu wissen. Das sind wirklich wenige, wenige, wenige Leute. Es ist nicht eine sechsstellige Zahl. Warum Herr Carsten Linnemann so eine Lüge von sich gibt, wenn die Zahlen doch von der Bundesagentur für Arbeit grundsätzlich vorgegeben werden, das kann ich mir nicht erklären. Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Das sagte Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In solchen Fällen müsse der Staat davon ausgehen, dass Leistungsempfänger nicht bedürftig seien. Zitat, Leistungskürzungen um 10, 20 oder 30 Prozent reichen da nicht. Da muss die Grundsicherung komplett gestrichen werden. Das sagt Carsten Linnemann. Der Bundesgeneralsekretär der CDU, dabei bezog Linnemann auch ukrainische Geflüchtete, die Bürgergeld beziehen, mit ein. Da kommen wir auch noch zu der nächsten Lüge. Wir müssen diskutieren, warum in vielen europäischen Staaten mehr als 50 Prozent der Ukraine arbeiten, in Deutschland aber nur 25 Prozent. Grund ist die Sprache. Der Grund ist die Sprache. Denn Deutschland ist bezüglich der Integration in eine ganz klare Struktur gefangen, die es einhält. Nämlich, du musst Deutsch lernen, bevor du arbeitest. Und Deutsch lernen kann man nun nicht in einem Blitzkurs, weil Deutsch eine extrem komplizierte Sprache ist. Das sagt auch die Bundesagentur für Arbeit. Wir müssen hier den populistischen falschen Lügen von Carsten Linnemann kurz Einhalt gebieten, weil es wichtig ist zu wissen. Die Integration erfolgt immer nach einem Modell und da spricht die Bundesagentur für Arbeit auch davon, dass die Leute erst Deutsch lernen. Und wenn sie Deutsch lernen, dann werden sie in Ausbildung beziehungsweise in Arbeit gebracht. Ich weiß ehrlich nicht, warum der Bundesgeneralsekretär der CDU hier so offen lügt. Und das bei einer so einfach zu recherchierenden Information kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Es fehlten Anreize für eine rasche Arbeitsaufnahme. Zitat, die Ukrainer verteidigen auch unsere Freiheit, aber wenn es um Leistung gibt, ist sie mit einer Gegenleistung verbunden. Dazu zählt auch eine Arbeit aufzunehmen. Also nochmal, die Fakten sind folgendes. Sprache ist ein gigantischer Fakt und dann ausschließlich oder fast ausschließlich Frauen mit Kindern kommen. Also Frauen mit Kindern von Familien, wo der Mann in der Ukraine kämpft, macht ja auch am meisten Sinn, da herrscht Krieg. Dann müssen die erstens die Sprache lernen und zweitens, und da könnt ihr euch sicherlich auch auf eigene Erfahrungen berufen, ist die Kinderversorgung und Kinderinfrastruktur in Verbindung mit Kitas und in Verbindung mit Integration in diese sehr schlecht in Deutschland. Also eine so einfach auszuhebende, faktische Information, so offensichtlich gelogen in die Presse zu pumpen, ist schon wirklich merkwürdig? Das ist wirklich komisch? I don't know. Das Bürgergeld ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Davon getrennt ist die Grundsicherung am Alter und bei Erwerbsminderung, zum Beispiel wegen Krankheit oder Behinderung. Die von der Bundesregierung geplante Verschärfung der Regelung für Bürgergeldempfänger begrüßt Lindemann. Zitat Bis zu drei Stunden, ja. Das ist die neue Sanktionierung oder die beabsichtigte Reform der Ampelparteien spricht von einer zumutbaren Reise von anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück. Bis zu drei Stunden insgesamt. Das kann man sich leisten als Bürgergeldempfänger. Und das von einem, ab dem Zeitpunkt, wo man sechs Stunden arbeitet. Also ab sechs Stunden, drei Stunden Pendelweg, also neun Stunden dann weg. Also ja, wenn das funktioniert, okay. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, da geißelt an, also da konzentriert man sich wieder auf die falsche Zielgruppe. Aber Arbeitslose haben keine Lobby. Deswegen ist auch der Carsten Lindemann bereitwillig dazu in der Lage, auf den Schwächsten der Schwachen herumzutreten. Wenn er eine Erziehung genossen hätte in irgendeiner Form oder wenn er irgendwelche Werte von seinem Haushalt durch die Erziehung seiner Eltern mitbekommen hätte, welcher Natur das auch immer ist, dann würde er auf den Schwächsten der Schwachen nicht so rumtreten. Aber ich weiß nicht, ob man das mit der Injektion, ob man da Injektion bekommt, demagogisch, wenn man in die CDU beitritt oder wenn man halt auf Linie gebracht wird an der Spitze der CDU. Aber dass der Bundesgeneralsekretär Carsten Lindemann solche Äußerungen schafft, die er auch zuletzt bei Carsten, ne, Markus Lanz, Markus Lanz hatte sie auch in der Talkshow gemacht, geäußert hat, dann muss man ganz klar davon sprechen, dass das eine menschenfeindliche Politik ist. Absolut menschenfeindliche Politik. Und wenn er dann sagt, das betrifft eine sechsstellige Personenanzahl, dann lügt er. Er lügt. Bei der Debatte rund um die Totalverweigerer geht es um zwischen 13.000 und 15.000 Leute. Und das ist so eine kleine Gruppe von Menschen, dass es sich nicht lohnt, dass es sich wirklich nicht lohnt, dafür den bürokratischen Aufwand und diese Einspardebatten zu führen. Da hast du mit Leuten zu tun, die stehen am Ende ihrer, am wirklichen Ende des gesellschaftlichen Bilds. Das ist die Ebene des Schachts ganz unten, Alter, wenn ihr den Film gesehen habt. Da kommt nicht viel an. Aber was da jetzt zusätzlich noch ankommt, ist Verachtung. Verachtung von den Leuten über ihn. Und ich finde, es ist äußerst wichtig, sich dagegen auszusprechen, weil das unmenschlich ist. Es ist unmenschlich. Auch im Zusammenhang mit den ukrainischen Geflüchteten aus dem Krieg. Es ist... Donald Trump irritiert bei Äußerungen einer Wahlkampfveranstaltung. Vor Anhängern sagte Trump, würde er im November gewählt, müsste in vier Jahren nicht mehr gewählt werden. Kritiker sehen darin einen Bezug zur Abschaffung des Wahlrechts. Äußerungen von Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung für konservative Christen haben für Irritation gesorgt. Mehrere US-Medien zufolge sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat seinen Anhängern, wenn sie im November für ihn abstimmen, müssten sie danach nicht mehr wählen. Ein Zitat folgt, Zitat, In vier Jahren müsst ihr nicht mehr wählen. Wir werden es so gut geregelt haben, dass ihr nicht mehr wählen müsst. Kurz danach habe Trump seine Aussagen noch einmal wiederholt. Trump sprach bei einer Veranstaltung der konservativen Gruppe Turning Point Action in West Palm Beach in Bundesstaat Florida. Was genau er mit den Worten meint, ist unklar. Das könnte so verstanden werden, dass es in vier Jahren keine Wahl mehr geben wird. Möglich ist aber auch ein Bezug auf die möglichste Höchstdauer, die Trumps Präsident sein kann. Eine Amtszeit hat er bereits hinter sich, eine zweite wäre also zwangsläufig auch seine letzte. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit vagen Aussagen provoziert. So sorgte beispielsweise ein Interview mit dem Sender Fox News für Kritik. Trump sagte darin, wenn er die Wahlen am 5. November gewinnen würde, wäre er ein Diktator, aber nur am ersten Tag, um die südliche Grenze zu Mexiko zu schließen und die Ölbohrungen auszuweiten. Später behauptete er, es habe sich um einen Scherz gehandelt. Im Mai machte er bei einer Versammlung der National Rifle Association eine Bemerkung, wonach er mehr als zwei Amtszeiten als Präsident absolvieren könne. Er bezog sich dabei auf die Präsidentschaft von Franklin D. Roosevelt. Der Demokrat hatte als einziger Präsident mehr als zwei Amtszeiten absolviert, weil die Begrenzung erst danach eingeführt wurde. Im weiteren Verlauf der Rede in Florida versprach Trump, dass er die Mittel für öffentliche Schulen kürzen werde. An denen im Unterricht über Transidentität gesprochen wird. Gegner werfen Trump immer wieder vor, eine Gefahr für die Demokratie zu sein. Sie beziehen sich etwa auf die Tatsache, dass Trump bei der vorherigen Wahl seine Niederlage gegen den aktuellen Präsidenten Joe Biden nicht anerkennen wollte und von Wahlbetrug sprach. Oder auf den Sturm von Capitol, den Trump-Anhänger im Januar 2021 verübten. Am 5. November finden in den USA die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass Trumps deutlicher Vorsprung verschwindet, seitdem nicht mehr Joe Biden, sondern Vizepräsidentin Kamala Harris seine Gegnerin ist. Also ich maße mir hier wirklich keine Spekulationen an. Ich weiß nicht, wer gewinnen kann. Niemand weiß, wer gewinnt. Ich hoffe, dass Kamala Harris gewinnt. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass Kamala Harris gewinnt. Das ist alles, was ich mache. Ich hoffe, dass sie gewinnt. Das wird natürlich in den nächsten Monaten erst eine weitere Entwicklung, also wir müssen die weitere Entwicklung abwarten, aber ich, oh Gott, bitte nicht. Hier kämpft man wirklich an den Strohhalmen der Demokratie entlang. Das ist nicht, das ist ziemlich ernst. Gibt es an Trumps Politik eigentlich auch positive Punkte? Ja, wenn du reich bist. Und damit beenden wir die heutige Folge Nachrichtenrückblick bei Meinungsmache. Schaut auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Sondersteuern für Superreiche? Deutschland und die USA blockieren diese Idee. Zwei Prozent ihres Vermögens sollen Milliardäre mindestens in ihrem Heimatstaat abführen. Das war der Vorschlag des brasilianischen Finanzministers Fernando Haddad. Die Regelung könne zu Einnahmen von bis zu 250 Milliarden Dollar führen, die zur Bekämpfung von Hunger und Konflikten, zur Pandemievorsorge und für Klimaschutz eingesetzt werden könnten. Brasilien hat derzeit die G20-Präsidentschaft inne und will vor allem die globale Gerechtigkeit auf internationalen Agenda heben. Die Milliardärsteuer ist aber erstmal vom Tisch. Der Vorschlag hatte die G20-Staaten gespalten. Während etwa Frankreich, Spanien und Südafrika ihre Unterstützung zum Ausdruck brachten, sind die USA dagegen. Auch das FDP-geführte Finanzministerium hatte auf der Ebene der G20 diskutiert, Steuer für Milliardäre von vornherein abgelehnt. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hingegen hatte sich offen für die Idee gezeigt, das Konzept Brasilien sei ein sehr wichtiger und richtiger Vorstoß. Die Welt sei ungerechter geworden. Eine Mindeststeuer für Milliardäre wäre ein gutes Werkzeug, um gegenzusteuern, wenn viele Länder das einführen. Dazu wird es nicht kommen. Es bleibt bei einer gemeinsamen Erklärung ohne konkrete Verbindlichkeiten. In der gemeinsamen Abschlusserklärung des Finanzministers der führenden Industrie- und Schwellenländer in Rio de Janeiro am Freitag hieß es, Unter voller Wahrung der Steuerhoheit werden wir uns bemühen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass sehr vermögende Privatpersonen effektiv besteuert werden. Brasiliens Finanzminister Haddad sagte, Der Kampf gegen Hunger, Armut, Ungleichheit und die Besteuerung der Superreichen stehe auf der internationalen Wirtschaftsagenda und weisen auf eine soziale Gerechtigkeit ökologischer und nachhaltiger Zukunft hin. Unglaublich der Schaden, der durch die FDP im Finanzministerium ausgelöst wird. Also es ist wirklich unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Diese Partei darf nie wieder in eine Regierung. Oh mein Gott, die soll sich in der Opposition hinstellen und sagen, Ja, die Armen reichen, aber nie wieder, nie wieder in der Regierung, nie wieder. Sie darf es nie wieder tun. Es gibt 3.300 Superreiche in Deutschland. Laut dem Anfang Juli veröffentlichten Global Wealth Report der Boston Consulting Group gab es in Deutschland dann 2023 3.300 Superreiche. Das bedeutet ein Zuwachs von 300 gegenüber dem Vorjahr und ist weltweit die dritthöchste Zahl nach den USA und China. Die Superreichen in Deutschland besitzen knapp 2,1 Billionen US-Dollar und damit 23% des gesamten Finanzvermögen des Landes. Knapp 9 Prozentpunkte mehr als der weltweite Durchschnitt dieser Gruppe. Im Kontrast dazu besitzen 66,5 Millionen Deutsche weniger als 250.000 US-Dollar Finanzvermögen, was einem Anteil von 32% entspricht. Die Vermögensverteilung in Deutschland ist den Autoren der Studie zufolge überdurchschnittlich ungleich. Die Berechnungen zeigten sich etwa, dass dieser Trend noch verstärkt wird und die Superreichen bald etwa 26% des gesamten Finanzvermögens in Deutschland besitzen werden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oder da sind, also das ist, das ist, ich weiß nicht mal, wie das mit Superreich definiert ist, aber wir reden hier vermutlich von Milliardären oder von hohen, achtstelligen Millionären. Also das ist wirklich verrückt. Man muss sie ja nicht enteignen, aber warum zur Hölle sollen die denn keine Vermögenssteuern bezahlen? Kann mir das mal irgendjemand, der 3.000 Euro netto verdient, erklären, weil das sicherlich die sind, die da immer in den Ring ziehen für? Ein brutaler Vorfall im Brandenburger Landtagswahlkampf. Die CDU-Kandidatin Amevo wurde in Cottbus offenbar rassistisch beleidigt und angegriffen. Gegen die mutmaßlich Angreiferin ermittelt die Polizei. Eine Politikerin der CDU ist in Cottbus offenbar aus rassistischen Motiven angegriffen und beleidigt worden. Wie der Landesverband der CDU am Freitag mitteilte, wurde Adeline Abibni-Avemo Donnerstagabend beim Aufhängen von Wahlplakaten von einer Frau tätig angegriffen und damit leicht verletzt. Die Polizeidirektion Süd in Cottbus bestätigte den Angriff. Gegen die mutmaßliche 29 Jahre alte Angreiferin wurde demnach Ermittlungen wegen Volksverhetzung in Verbindung mit Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen hat der kriminalpolizeiliche Staatsschutz übernommen. Laut Polizei brachte die CDU-Kandidatin für die Landtagswahlen im Stadtgebiet von Cottbus gemeinsam mit Familienangehörigen ihre Wahlplakate an. Zitat, gegen 20.30 Uhr wurde sie in der Saarstraße von einer ihr Unbekannten ohne Grund mit dem Worten, Zitat, ihr seid keine Menschen und weiteren in dieser Diktion angegriffen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei Adeline Abibni-Avemo angegriffen und am Hals getroffen worden. Sie sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen und habe nach ambulanter Behandlung entlassen werden können. Laut Polizei ist, Zitat, nach dem jetzigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der Angriff auf rassistische Motiven erfolgte. Die Angreiferin war laut Polizei zuvor nicht wegen solcher Delikte wie etwa Volksverhetzung bekannt. Die Beamten haben nach eigenen Angaben neben den eingeleiteten Ermittlungen auch eine sogenannte Gefährderansprache bei der Tatverdächtigen durchgeführt. Zitat, in dieser wurde ihr mitgeteilt, welche rechtlichen Konsequenzen erneute Möglichkeiten Rechtsverstöße nach sich ziehen. Auch die Beschuldigte habe Anzeige erstattet. Auch die Beschuldigte habe Anzeige erstattet? Dabei gehe es um Körperverletzungen. Okay, die Rassistin also. Avemo sagte dem RBB am Freitag, sie fühle sich trotz des Zwischenfalls vorerst weiterhin sicher in Cottbus. Das ist eine schwarze Frau übrigens, die, also ich weiß nicht, wie man sich als schwarze Frau in Cottbus sicher fühlen kann, ehrlich gesagt. Wenn man weiß, was Cottbus für ein Rattenloch ist. Aber sie sagt das zumindest, dank der Unterstützung der Polizei und ihrer Partei. Zitat, ich muss mich bei den vielen Leuten bedanken, die sich gemeldet haben. Es kam viel Unterstützung, dadurch bin ich viel ruhiger geworden, sagte sie dem RBB. Darunter seien nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch viele Privatpersonen gewesen. Zitat, mir wurde gesagt, ich solle nicht aufgeben und das will ich auch nicht. Wir kämpfen für eine Stadt, die super ist. Cottbus ist ein, also Cottbus ist ein Rattenloch. Also Cottbus ist wirklich ein rassistisches Rattenloch. Aber Cottbus ist eine schöne Stadt, sagt sie, mit sehr vielen netten Menschen, die gegen diese Art von Menschen kämpfen. Okay, das ist auch, ich verstehe, ich verstehe das. Das ist ja auch wichtig, den demokratischen Aspekt Cottbus zu unterstützen, aber Cottbus ist ein Rattenloch. Jetzt mal Vorray. Auch ihre Plakatierung wolle sie fortsetzen. Ihre Kinder, die ebenfalls zu Ort waren, hätten durch den Angriff Angst bekommen, sagt sie. Die 1977 in Kamerun geborene Adeline Abinmi Avemo lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und ist deutsche Staatsbürgerin. Sie sitzt in Cottbus bereits im Beirat für Integration und Migration bei den Landtagswahlen am 22. September. Tritt sie im Wahlkreis Cottbus Süd als Direktkandidatin der CDU an. Ich musste das mehrmals lesen, weil ich dachte, sie haben sich in der Partei geirrt. Der Brandenburger Innenminister und Parteikollege von Avemo, Michael Schüppen, verurteilte den Angriff im RBB scharf. Die Tat sei ein weiterer nicht akzeptabler Versuch, mit körperlicher Gewalt Wahlen zu beeinflussen, so Stübken. Der Landesvorsitzende der CDU Brandenburg, Jan Reppmann, zeigte sich erschüttert über den Angriff. Zitat, das zunehmende Risiko für Menschen, die sich für unser Land politisch engagieren, ist unerträglich. Ich werde heute nach Cottbus fahren, den Wahlkampf zu unterstützen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass sie, Zitat, dafür Sorgen tragen werde, dass sich solche Fälle gegenüber der Geschädigten nicht wiederholen. Zitat Ende. Für die Brandenburger Grünen erklärte Spitzenkandidatin Antje Töpfer, ihre Partei sei entsetzt über den Vorfall und verurteilte die Tat aufs Schärfste. Sie sprach von einem feigen und niederträchtigen Angriff auf eine engagierte Politikerin. Die Grünen stünden solidarisch an der Seite der betroffenen Kandidatin. Die Anverantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Spitzenkandidat der Brandenburger Linken, Sebastian Walter, erklärte, die Angriffe auf Politiker treffen jetzt auch die CDU und machen deutlich, wie weit die Verrohung und Gewaltbedreitschaft verbreitet ist. Wer Kandidaten angreift, greife unabhängig der Partei die Demokratie als Ganzes an. Dafür dürfe es keine Rechtfertigung geben. Zitat Ende. Ja, also für den Fall, dass ihr das nicht mitbekommen habt, das ist wohl am Wochenende passiert, vielleicht am Freitag, ich bin mir nicht ganz sicher, oder Ende letzter Woche, in Cottbus. Und nochmal, Cottbus kennt man jetzt nicht wirklich durch besonders eine große demokratische Base, wenn man das so sagen will. Cottbus ist wirklich schlecht. Sehr, sehr schlecht. Aber darum umso mehr, und das ist vielleicht das Fazit aus diesem Artikel heraus und dieser Problematik, umso mehr Solidarität für die demokratischen, antifaschistischen Akteure in Cottbus, die umso mehr da kämpfen müssen. Umso mehr. Aber schöne Stadt. Aber schöne Stadt. Naja, was willst du machen? Sind Umzüge in ländliche Gebiete die Lösung, um den Wohnungsmarkt in Großstädten zu entlasten? Das schlägt Bauministerin Gaywitz nun vor. Eine wichtige Rolle bei ihrer Idee spielt die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Also wenn die Bauministerin dir sagt, zieh mal lieber aufs Land, dann steht das mit den Bauprojekten also wirklich nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Bundesbauministerin Clara Gaywitz will Menschen angesichts der Wohnungsnot in Großstädten zum Umzug ins Umland oder in kleinere Städte bewegen. Zitat, gerade in kleineren und mittelgroßen Städten ist das Potenzial groß, weil es dort auch Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte gibt. Also ich weiß nicht, von welchen kleinen Städten die spricht. Also wie klein die Kleinen sein sollen, aber auf dem richtigen Land ist das eher nicht so, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zitat, knapp zwei Millionen Wohnungen in Deutschland stehen leer, aber in unseren Großstädten oder Metropolen herrscht ein riesiger Bedarf. Wir werden daher Ende des Jahres eine Strategie gegen den Leerstand vorlegen. Im November sollten wir soweit sein. Viele Menschen hätten in der Vergangenheit für die Jobsuche ihre Heimat verlassen. Zitat, Homeoffice und Digitalisierung bieten aber inzwischen eine ganz neue Möglichkeit für das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum. Und diese wollen wir stärken, sagte Gaywitz der Zeitung. In Deutschland werden mehr neue Wohnungen gebraucht als entstehen. Die Ampel-Koalition hatte sich zu ihrem Start vor drei Jahren vorgenommen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit aber nur 295.000 Wohnungen fertig. Bereits im vergangenen Jahr hatte Gaywitz für den Umzug aufs Land geworben. Besonders für Familien bietet der ländliche Raum eine hohe Lebensqualität. Weg vom Lärm der Großstadt. Hatte sie damals gesagt, gelinge es, das Leben auf dem Land attraktiver zu machen, würde sich mehr Menschen für ein Leben dort entscheiden und den Wohnungsmarkt in den Städten entlasten. Ich finde das ja alles ganz süß, also vollkommen süß. Aber erstmal müssen wir zwei Realitäten anerkennen. Die erste Realität ist, im Speckmantel von Städten ist die Wohnungsnot genauso hoch wie in Städten. Zu sagen, dass es in diesen Bereichen Wohnungen gebe, ist vollkommen an der Realität vorbei. Zieh mal bitte ins Berliner Umland. Ja, what? Hä? Nee. Ja, viel Erfolg. Und wenn du dann richtig auf den Äckern bist, beziehungsweise wenn du dann an den Stellen bist, wo du wirklich Wohnungen frei hast, dann stehst du vor einem anderen Problem. Dann stehst du nämlich vor der Tatsache, dass nun mal A, nicht jeder Homeoffice machen kann, außer du kannst einem Maure erklären, wie der Homeoffice ziegelegt. Und um B, du hast halt gigantische Wege zur Arbeit über einen längeren Zeitraum. Und leider haben Arbeitgeber halt auch noch nicht die Viertagewoche, um das irgendwie zu rechtfertigen oder das funktioniert halt nicht. Und dann kommt noch C, Infrastruktur. Homeoffice, dafür muss es ja auch Internet geben in den Kackdörfern. Ich meine, das muss jetzt nicht überall schlecht sein, aber infrastrukturtechnisch ist Deutschland jetzt nicht wirklich, damit glänzt jetzt nicht wirklich. Man kann ja nicht mal sagen, na gut, wir sparen uns halt das Auto und fahren mit der Bahn. Die Bahn baut in den nächsten fünf Jahren 30.000 Stellen ab. Wie zur Hölle stellt man sich das denn vor? Also all die Sachen, das ist ja super süß. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir haben das Angebot jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin äußerst skeptisch, wenn die Bundesbauministerin sagt, ja, zieht mal bitte aufs Land. Ja, okay, das sind Wohnungen frei. Und ich bin mir ziemlich sicher, so eine schöne linke Injektion in so ostdeutsche Dörfer, das wird der Region aber mal richtig gut tun. Aber das ist, also das ist, wie soll das aussehen? Wie soll das aussehen? Ich bin, ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist eine SPD-Politikerin. Weil es jemand gefragt hat, also Frau Gäwitz ist von der SPD. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt.